Liebe Augsburgerinnen und liebe Augsburger, ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen. Sorgen, weil die Infektionszahlen im Zug auf das Coronavirus hier in Augsburg steigen. Das hat ganz viele Gründe. Zum einen bringen manche aus dem Urlaub des Virus mit, aber auch hier in Augsburg haben sich einige angesteckt. Ich habe die dringende Bitte, dass Sie auch weiterhin Abstand halten, die Hygieneregeln einhalten, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und vor allem auch Menschenansammlungen, vor allem in Innenräumen, vermeiden. Schauen Sie, dass Sie mit der Familie und mit dem engsten Freundeskreis sich treffen und mit anderen möglichst wenig Kontakt haben. Herzlichen Dank, denn nur so können wir das Virus weiter eindämmen. Bleiben Sie gesund!